hallo zurück zu ESO, weiter geht's. Letztes Mal sind wir in die immer grüne Wacht gegangen. Wollen wir mal hier durchlatschen. Gucken was es hier so gibt. Ist nicht egal. Mach mal so. Ja, mach mal ruhig. Wo ist mein Bärchen? Wieso ist mein Bärchen weg? Was ist hier schon da rumgetrieben? Na? Oh du Bär, du Kronenbär. Ah, das ist eine Himmelsschirbel. Sehr schön. Das gefällt mir doch. Oh. Rucksack. Ach guck für einen. Ach, ja, 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 ja. Hi, du Ei. Die Gulsare aus, weiter. Schlaf weiter. Wir sind so zweiter wie Angst. Ach so, ja, ja, ja. Na, stimmt schon. Kommt ihr beiden? Ach, drei, noch einer. Ach, ja, 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 ja. Ich wollte jetzt aber wissen, was, was du brauchst? Was denn? Schlaf? Ein Schlaf doch. Wirklich schön schlaf ein bisschen. Hol ich aus. Oh, ist einmal hier runter. Oh Gott. Oh, mein Bild. Ich bin ein ganz schönes Reise. noch zwei erst mal heil aber der halt sonst in anderen das schlagt auch zu was stadt wieder habe ich ja nur noch den boss schon nicht dahinten sein also gehen wir hier lang hier komme ich daher ja genau das rechts das muss ein boss gehen ich mal von haus betone gefangene was soll das hast du krampfe oder was es war ja hallo vorhin hätte großzügiger naja so großzügig ist auch nicht tschüss bürtel der siebten legion muss ich mal gucken bürtel der siebten legion äh ist schwer haben wir schon alles da ist glaube ich nichts mehr oder ist da noch was die kiste oder so ach ein büchlein ja okay tagebuch ok jetzt nicht viel gebracht aber egal 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 ja ja ich bin gut soo jetzt für die türen sind wir auch schon fast durch ach sind noch zwei auf dem abstellgleis naja das war die immer grüne wacht so immer grün ja gar nicht weil er immer grau oder immer braun so bin ich immer grün ja da egal 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 da haben wir es alles da oben war nichts mehr oder wie gehen wir es hier zack, sieht man auch schon oh, ist ja schon komm, da ist man hin da 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 was ist denn da schwimmen ist da ja da heißt ja auf russisch so viel wie ja und jetzt, nein na pravda ist glaube ich Wahrheit ist ja die russische große Zeitung ich glaube die ist Wahrheit weiß ich gar nicht so genau man kennt ja kein russisch so ein paar Wörter schnippt man halt auf wie Filme, Serien, wie auch immer ja 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 wir haben die Bücher mit bei morgens nachher wagenfeld sehr lustig werden da freue ich mich jetzt schon drauf na nicht wirklich ne ja ja die ja 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 gesehen sie marschieren in richtung kreuzung wie viele diese hier hat sie nicht gezählt aber es waren viele es ist zeit dass wir uns ihnen stellen die anderen bandari sollen sich bereithalten beim blut des heiligen pelin gut dass ihr noch hier seid diese verflixten die kreislichen überfallkommandos komm hier lang ihr auge ihr auge sei wachsam da ist nix schade da kommen sie ja keine angst ihr auge gibt euch rückendeckung ich gebe dir rückendeckung abgauen abgauen ok bleibt wagner wanderin ihr auge sieht noch mehr kaiserliche da kommen noch mehr kommt zu ihr auge stinkende glatthaus kommst du mir ja da kommt schon mal ab wir haben angst ich bin mir überhaupt nicht sicher ob wir das blatt wenden können auch immer schon keine sorge ja ja boot anzünden sowas böses soll man machen da kann man öffnen wir haben nie wie 1 2 klingen hallo 2 klingen welchen wird damals hier viel an den blumen geschnüffelt ich dachte schon wo der denn teleportiert verbrennen jaja zu zweit ja zahl dich mal auf so was war es glaube ich schon sind noch mehr hier ach da hinten ist noch auch noch kurz hin jetzt brauchen wir nicht auch noch zwei und noch eine rolle schluft rolle keine biskültrolle kein bruch schade hm eine kiste aber es kommt mir verbrennen es kommt auch verbrennen es kommt auch verbrennen r fettig was machst du denn? was machst du denn da alleine? die Nasen popeln oder was? das ist mein Auge, es eh klappt schlechte Angewohnheiten hier, da geh ich ne ihr Auge, seid wachsam, ja ach, Moment, wir haben schon gesehen, scheitig können wir da was analysieren, nochmal für das ist egal können wir nur ein Teil im Moment äh, Soldat da kann ich analysieren da die Stippel ja, ja genau, ja ich auch, ja, 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 voll deiner Meinung MetroFood fährt sich, yeah wir sagen mal hier ne Pause, wenn ihr wollt könnt, wenn ihr möchtet, wenn ihr dürft in unserer nächsten Folge von ESO bis dahin, schön mit dir hmmm bis dahin, schön mit dir